Westpull-AoW Das Geile an Sursh ist halt immer, dass er sich halt auch ziemlich selber abatet, manchmal mit seinen Seelen. Ich muss nicht fallen. Ja, aber die gehen ja schon weg. Ach, scheiß drauf. Das ist jetzt ein bisschen krass. Ja, da war ich zu lieb. Ich hätte sich gedacht, dass er mich in den Towerflate. Ah, ich habe gleich eine Aufladung. Du wart noch ein bisschen. Jetzt muss ich den großen nehmen. Hast du zu doll gepusht? Ja, NP. Ich bin gerade ziemlich licht am Fahren. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen müde. Ja. Ja, wir werden so auf jetzt. Kommst du raus, nirgends? Doch. Ich glaube noch. Okay, jetzt nicht mehr. Oh. Oh ja. Oh ja, diese Liebe. Ja, egal. Gegen wen habe ich am Anfang noch keine Probleme. Und das ist ja auch gleich runterkam. Auf BOT hat ich jetzt nicht gedacht. Ja, passiert. Punt hat eben den Stun, ne? Und das ist Early-Game relativ stark. Das hätten wir eigentlich. Ich hatte halt keinen Stun mehr ab, ne? Das war ziemlich dumm von mir. Oh, ich bin jetzt da. Ich werde direkt Level 3, also. Und dann den großen. Ja, ist egal. Nur mit einfach. Ein Feind wurde geschlagen. Bleib an der Vanguarde. Oh Mann, der ist schon wieder hier. Ich lasse mich mal kratzen. Ich bin tot. Hm. Na ja, der kämpft uns ganz schön hart wieder. Ja. Und der kommt jetzt hier wahrscheinlich schon wieder. Das kann gut sein. Ich muss nicht fallen. Oh, ich hab jetzt nochmal einen... Muss... Genau. Hm. hm für einen großen kann ich dann auch teil mhm diesmal diesmal wirklich ist er freesend? mhm ich will normalerweise ja ein bisschen jedenfalls hihihi 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 hier rumrennen hihihi 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 warum Fragezeichen bei uns? sonst ist doch keiner miss keine ahnung hihihi 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 ja ja wir müssen versuchen nicht so oft zu sterben weil Annie relativ gut ist Cho'Gard hat nen Kill das ist die Sank hm hihihi 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 wir können den glaube ich auch nicht contesten es sei denn er hat schon gerade leider nicht mal ein Teleport bei guck was soll ich jetzt n 1550 hm 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 das Schlimme ist ich brauche halt noch ähh ähh hihihi 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 krass wie der als erstes Level 6 war wieder ich muss nicht fangen ah 250 Gold äh hm ah ich komm jetzt mit wenn ich jetzt ne Zeitstone habe ja ja war mir schon klar dass sie das hat mhm ja wirklich schon ja 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 3 kills ne ah ziemlich dumm gelaufen ja pf ja k ja hihihi Ah, wir müssen sie wieder ein bisschen kommen lassen. Oh, da ist Trash. Also wir können eigentlich, wir können, wir können aufflussend, direkt drauf. Okay, das war jetzt, äh. Ja, zu gut gedacht, ja. Ja. Dachte sie. Das reicht noch aus, aber jetzt sind wir geslaut. Ja, ist egal. Das Ding hat, das Ding hat sowieso keine, kein wirklichen Cooldown. Ja, wir hätten sie selber töten können, das wäre ziemlich gut gewesen. Hm. Was für Schuermitte? Der hat schon Boots, ey. Ach, war das auch noch? Ja. Man hat's einfach bestimmt gleich wieder die Ohl zu uns. Ja, deswegen. Wollen wir Grump machen? Ja, da bin ich auf dem Weg. Ach, ich weiß nicht. Zwei blöde Ein-Gedanke sagst du? Hm. Oder nur eine? Ich kann jetzt ruhig tanken, das ist kein Problem. Das ist richtig, die Lane. Ah, das ist Reune, ey. Oh Gott. Der ist tot. Ja, da hätten wir wen töten müssen. Hm. Oh, die steht mir jetzt so dicht am Tower. Keine Ahnung. Die sind immer noch da. Boah, aber mit deiner Ult und... Ja, keine Ahnung. Ich kann hier glaube ich... Ne, ich kann hier nicht bleiben. Das wäre ziemlich... dumm. Ja, keine Ult. Strach ist wieder da. Ach, komm. Ja, ich habe keine Mana mehr. Okay. Uh, aber... Oh, Sinzau. Oh. Ja, aber ich habe so gut wie kein Life mehr. Ja, ja, ist okay. Ich... Ah. Schön. Oh, hä? Minion hochgeworfen. Panthe war top. Ja, ich weiß nicht, ob wir das wirklich wagen sollten. Boah, wer Panthe hat, bestimmt Ult. Der wird bestimmt kommen, wenn wir mal Pech haben. Ja, das wäre... Das ist keine Weltuntergang. Oh, hier ist der. Was ist der? Einer wollte dann noch klauen, Alter. Ja, ich war eh zu weit weg, hatte keine Mana. Außer für ein Spell. Und dann dachte ich mir, ja, dann probierst du es. Gut, kann mir jetzt auch Instant-Schuhe kaufen. Das gefällt mir doch schon mal. Instant-Schuhe. Ja. Ja. Ja, ich habe... Da hast du ein bisschen Wasser drauf und dann... Instant-Bundeswehr-Futter. Ja, der hat gesagt, ich gehe ein bisschen in Rome, aber irgendwie habe ich dazu keine Möglichkeit. Nee, weil sonst... Und außerdem... Außer dem Gewinn sowieso alle Lanes, außer uns oder so von dem her. Das ist schon okay, so. Dein Team hat es gerade bei dir auch geleckt. Ja, aber übel, Alter. Ich bin gerade 500 Meter nach vorne gesprungen. Einen großen kann ich dazu noch nehmen. Was bereiten die jetzt davor? Ich pushe und dann gehen hinterher. Alter, der stellt keine Worts, ne? Das ist wie jetzt komisch. Der Drake ist ab, ne? Mhm. Aber warum ein Jungler? Nixchen rennt nach. Oben? Nee. Warum denn vorsichtig? Wir müssten... Wir müssten ihn eigentlich machen. Ja, eigentlich schon. Weil mein Pantheon oben ist und auf die Fresse bekommt von Chogart. Ach ja, jetzt auf einmal will sie ihn doch machen. Hier ist gerade irgendwo ein Wort ausgelaufen. Na egal, alle oben. Nicht contested. Wow, die Waden. Das zackt schon so ein bisschen dran. Ist der Waden ab? Nein. Wäre ja irgendwie zu schön gewesen. Warte, hast du hier gesweeptet oder so? Nee, aber hier... Kannst du? Nee. Nee, komm weg, der kommt zu dir. Lol. Komm mal. Ja, lauf mal weiter. Tschüss. So ein Hartversucher, Alter. Wo passen die mich? Ich habe keine Ahnung. Guck dir den an, Mann. Ja, wir können... Ja, oder? What the fuck? Was hat er sich dabei gedacht? Weiß es nicht. Er springt voll in den Tower rein. Wie geil war das denn? Oh, der Witz. Ich könnte teilen, ne? Also, wenn ihr mich lasst. Oder auch nicht. Müsst ihr mich, wenn ihr nicht wollt. Da ist gerade die Crab draufgegangen. Oder? Ist sie wiedergekommen? So genau. Ich will auch gerade hoch zum Nase. Mal schauen, wo wir es reißen können. Gut job. Ja, ich brauche halt Assist ohne Ende mittlerweile, weil ich... Guck mal, so zu kaum Gold. Daher ist es ganz gut. Mir fehlt noch ein bisschen an Level. Aber da fühlt die Mitte jetzt gerade ein bisschen hart. Und da... Oh, damn dodges. Any script oder was? Wieso? Wird gerade alles gedodcht. Okay. Ja, Mitte, ne? Ja, was sag ich denn, Alter? Wow. Ja, gut, da kann ich ihm leider nicht helfen. Guck, ein Teleport. Warum? Warum macht der sowas? Weiß nicht. Bin auch noch da. Aber... Nee, geh lieber nicht rein. Ist das Leo? What? Was hab ich denn jetzt damit zu tun? Was soll ich da machen? Aufwand, Spaß zu haben. Es ringt. Ich werde dich schützen. Ja, und die waren zu viert. Sogar zu fünft, ne? Gegen zwei. Ja, was soll ich da machen, Alter? Wow. Wow. Das war wieder der... ...beste Dash ever. Habe ich auch mit Kalista. Ich glaube, man kann, wenn man mit Kalista die Kuh macht und über diese Dragon Wand springen möchte. Ich glaube, das geht. Aber ich kann das irgendwie nicht. Okay. Bist du schlecht für? Nein. Und wenn können wir töten, sind zwei. Ja, sechs Sekunden habe ich Gold. Fünf, vier, drei, zwei. Oh, ja, ich bin am Weg. Los, geh. Wow. Geh da. Bin nun aber herangekommen. Deswegen hat sich Wayne meistens, Alter. Dass er sich jedes Mal rausrollen kann aus der Ult. Ja, du musst halt dich zuerst ranziehen, dann stunnen und dann die Ulti einfach oben draufsetzen. Ja, die ich machen sollen müssen. Ranturn. Ja, nein. Ja. Nein, der macht erstmal ein Ego. Nein, der kommt. Ich habe den Gesichtsberg habe ich beendet. Kann ich jetzt beenden? Dann hol dir das verbesserte rote Trinket. Ja, aber ich kriege ja gerade viel. Ja, nachher. Na ja, das ist sowieso. Das ist normalerweise das erste, was ich mir hole, aber ich habe gerade keinen Woll dafür. Ah, es geht einfach darum, wegen Wayne, dass dem Team fällt das noch raus, dann wie die sehen. Bleib an der Vanguard. Ich weiß gerade nicht, was die machen, ne? Keine Ahnung, die Wayne pusht nicht. Und dann macht er, keine Ahnung, einen auf Slowpushing oder sowas. Keine Ahnung. Swash kommt zu uns auf jeden Fall. Dann lassen wir hier drin stehen bleiben. Lust da auch, Leute. Oder auch nicht. Ah, deswegen nicht. Natürlich ein Mord. Was ist denn? Frisch unten in den Tower rein, ne? Also ich bin nicht da. Ja, ja. Aber klar ist, ich bin gleich wieder zu wüten. Oh, ähm. Punt ist bei dir. Ich probiere runterzukommen, keine Ahnung. Ah, schaffst du nicht, ne? Oder? Jetzt, LOL. Nicht schlecht. Ich glaube, damit hat er wohl nicht gerechnet. Ne, Zulück nicht. Ah, dieses Ping-Kacke geht mir mal so auf den Sack, äh. Oh, die Top-Lane wird heute gepusht durch Doom. Oh, schon wieder. Das kann nicht wahr sein, Mann. Das ist so dumm gerade mit mir. Ne, komm, zieh sich ran. Naja, nee, lieber nicht. LOL. LOL, warum flaschen die denn alle? Sind die doof? Nö, ich hab keinen Bock, getötet zu werden, Mann. Ich hab jetzt gerade mal eine positive KDA. Da hab ich... Hab ich keinen Bock. Geh ich lieber auf Nummer sicher. Ja, Annie. Ja, der ist auch tot. Die Sonne ist immer wieder auf Nummer sicher. Einmal W-Kill. Nice. Ja, und... Ich will jetzt zu Drake gehen, denke ich. Ja. Ja, dann geh einfach weg. Kannst du nichts machen. Naja, ich komm top mit. Ich kann nicht über die Wand geflascht. Boah, mein Crit hat mir gerade einen Cannon-Vinion versaut. Ich kann nicht über die Wand geflascht. Ich werde dich schützen. Komm, bitte. Wir könnten, müssten, in den Bot gehen. Mhm. Ja, wir... Geh du mal runter, aber... Ja, ich kann da nichts machen. Geh, geh einfach in den Zweiten erst mal. Wir verlieren hier... Ja, Schuh-Gott haben sie eh gesehen. Dein Turf hat gestorben. Ja, ich muss nicht fallen. Komm, Teleport von Narsus. Ich weiß, dass die Wand ist, ne? Keine Ahnung, ob die sich auch zurückgeportet hat. Da steht ein Pink schon wieder drin, ey. Die kommt von der Seite. Ähm... The Sun always rises. Ja. Gib den Tower. Cool, was macht denn die Vane da? Die gerade einfach gekommen, um zu sterben? Ja, ich habe sie mit dem Ehe bekommen. Ich gerade ranziehen an hier, dass er den Torstoß verpasst. Das ist die Frage, was wollen wir jetzt hier machen? Keine Ahnung. Unsere Wave pusht nicht. Oh, jetzt bitte geh eben zurück. Puschen. Boah, Bot muss eh gepusht werden, eigentlich. Ah ja, das bringt mir gar nichts, dass ich hier gerade mache. Na ja, ich sterbe einfach wieder. Ja, Report. Ah, ich schreib nichts. Ah, war klar, dass sie jetzt machen. Ja, aber Andy macht jetzt... Oh, ne, Andy... Warum hat Andy ihre Ulti gemacht? Keine Ahnung, war ich nicht. Wenn ich schnell genug wäre und sie vom Baron ablassen, könnte ich vielleicht helfen. Hab schon so oft mit der Ultman Baron oder sonst was gesteelt, aber... Aber wir kriegen die, wir kriegen die. Das war ruhig. Ja. Andy ist tronk. Zum Glück, ey. Ansonsten ist durch ziemlich schwer in dem Spiel. Oh, nichts hat dich getroffen, Alter. Ähm, wir sollten mal den Nash awarden. Ja, ich geh. Ja, sehr gut. Ich werde dich protektieren. Warum hat die Andy die ganze Zeit immer ihren Tibbers rumlaufen? Macht ihm auch Spaß? Keiner, ne? Irgendwann, wenn ich zu ihr gucke, läuft der Tibbers neben der. Das stimmt, ja. Irgendwie schon. Man, der Schogart, ne? Kriegt der das nicht mit, dass die schon wieder kommen, Alter? Was ist los mit ihm? Das ist halt das, was ich meine. Die ganze Zeit geht das so, ne? Ja, wir müssen gehen. Wir können ja nichts machen. Lol, der hat gerade übelst geleckt, ne? Hast du das gesehen? Der Nasus. Ah, noch verlangsamt wenigstens. Ach, diese scheiß Lantern, ey. Aua, das tat weh, ey. Lol. Lol. What the fuck, man? Ja, ich pushe mit dir. Die Rain ist, glaube ich, bei uns. Weg ab. Ah, was warst du gerade noch? Bei Annie? Wir sind bei euch, Dwayne. Ah. Ah. So ein Spessdreck. Nice. Einfach Drake machen. Um, um, um. Ah, ich habe ein bisschen hochgeheilt, den Jungen. Vor allem krass, ne? Ich habe jetzt wie viel Assists gerade bekommen in dem Fight? Ich glaube, drei oder so, Alter. Und ich habe gerade 800 Gold, ey. Das ist so scheiße, ey. Was geht denn um Lachsin? Der hat schon noch einen Nuss. Oh, hier ist es nicht mehr. Ich schau so hart. So, zack. Ja, ich konnte mir einiges leisten. Ich habe einen Last-List-Bar ausgebaut und dann noch einen BF. Ritz-Ritz. Wir hätten jetzt auch eigentlich Bärbel machen können, ne? Theoretisch war ich zu low. Leute, der war der Nase. Er hat sich den Blue geholt. What the fuck? Wir können in der Mitte engagen. Wie machen wir sowas denn fertig? Die rennen gerade alle weg. Wir haben Angst vor dir. Ja, von mir vor allem, ne? Dem Feeder. Was ist los? Der Tower steht noch. Ich werde da nicht reinspringen, Alter. Ja, los, fährt. Ah, ich sterbe! War doch nicht. Hui! Alter, ganze 60 Leben, ey. Ich bin aber tost. Wurde down gekoht. Ach, dann tötet dich. Was ist denn, ne? Ja, das kann... What the fuck? Der hat doch geflasht, Mann! Die Wayne war nicht tot. Ich bin ja nochmal zum Schluss auf wieder raufgegangen, weil es irgendwie... Keiner hat die gefinisht, Alter. Kein einziger. Alter, krass. Was hat der für ein Life-Rack, Mann? Das ist ja übelst krank, Mann. Hm. Da war ich gerade froh, dass ich mich nicht dran gezogen habe. Und im Moment flasht der aus dem Busch, Alter, und killt mich. Was ist ein Arschloch? Oh, Gott. Er kann eigentlich alles clear, ne? What the fuck? Warum nötet er seine Sweepinglands, Mann? Da steht ein Pink, Alter. Was ist los mit ihr? Oh, was? Komm weg. Das war gut, dass wir die gleich rausgenommen haben. Trollolol, Alter. Let's go. Die einfach gekillt. Ja, komm. Den Chasen bringt Ivi überhaupt nichts. Na, los, komm, tank. Lass mich nicht tanken. Warum nicht? Na, los, komm, ne? Na, Ivi, tötet mir. Beim Annie. Ja. Schön, keiner hilft mir. Ja, dafür ist es jetzt auch zu spät. Okay, tötet mir doch nicht. Alter, der fickt mich richtig in den Arsch, ey. Okay. Oh, nech. Ich wusste nicht, dass Panther noch lebt und ultiert. Das war dumm. Ja. Na, dass der noch lebt, hätte ich auch nicht gedacht. Aber die machen den jetzt auf jeden Fall. Loll. Und tschüss, Svesh. Ach, Annie, ey. So, Mutant. Dein Turret hat gestorben. Ja, wir geben das Spiel gerade ein bisschen sehr doll was da hin. Ja. Ein bisschen ist gut. Aber Chubat kann alle manchen. Ich frage mich, warum er das nicht macht. Komm, jetzt ich, ich. Ende. Tot. Also, Harry. Hm. Na, ich weiß schon, was du meinst. Vor allem, wir haben zur Zeit noch keine Lanes gepusht, ne, von uns. Das ist halt auch ziemlich scheiße. Ja, ich wollte hier gerade Bot pushen, aber dann war das da ja am Battle. Ja, na. Aber ich wusste echt nicht, dass Panther noch lebt. Ihr hattet doch schon. Ja, Joli. Ihr hattet doch schon zwei oder so. Ich dachte halt drei schon getötet. Ich dachte wirklich Trash und Nasus werden alleine. Na, ich, also, Wayne war auch gar nicht raus, ne, oder? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die haben auch noch gelebt. Ihr habt doch, ihr habt einen getötet. Und der nächste, Ari war das, glaube ich, ist da noch in Annie reingelaufen. Na, das ist, kann sein. Was braucht ihr denn jetzt schon eine Hilfe? Okay. Oh, hier ist doch keiner. Die Kontesten, die haben so glücklich. Haben wir jetzt schon den fünften? Ne, den dritten sah fast so komisch aus. Also, es ist top. Wir können eigentlich in die Base, in die Base, in der Erde nehmen. Der Pant ist halt noch da, ne? Irgendwo. Also, der war gerade bot. Egal. Man muss auf jeden Fall Frontline-Gi-Mason, während wir den... Asus kommt Ich nehm Exhaust für Dings Ah, da ist noch ein Tower Da steht noch Tower, ja Aber Sehr schön Oh ja, nimm mich im Visier, ey Sind ja auch nichts genug Minions da, Alter Aber weißt du, Annie flamet uns Und das ist die einzige, die gerade in diesem Teamfight gestorben ist, ne Ja, aber man muss schon sagen, dass sie im Spiel Ja, sie war halt gut, ja Aber trotzdem, das Flame war halt schon total bescheuert Guck, die flamet, wir gewinnen, sie flamet immer noch Echt, hat sie ja Ja, ja Das hat sie ja gesagt Ja, dass du immer noch in der Backline bist und sowas Und heul hier, heul da Gewonnen, aber Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja